Musik September 2013 im südlichen Landkreis München. Es ist der fünfte Schlüter-Feldtag des ersten Schlüter-Clubs Freising e.V. Und wieder sind rund 5000 Menschen auf das Gut Karlshof bei München gekommen, um gut 500 Schlüter-Traktoren zu bestaunen. Für den ersten Schlüter-Club Freising haben Treffen dieser Art bereits eine lange Tradition, die schon zu Club-Gründungszeiten begonnen hat. Das ist die graue Maus von Reslmann-Helmut. Schaut genau an den Luftfilter hin, da ist einmal zu weit bei den Schottier und Fendt und Ferguson vorbeigefahren. Die hat alle schon an den Luftfilter reingerissen. Damals, 2000, hat es schon andere Schlüter-Clubs in den Norden gegeben. Und da haben sie gesagt, das kann doch nicht sein, dass wir in Freising, wo der Schlüter gebaut wird, heute keinen Schlüter-Club nicht gründen, wenn es einen anderen nicht mehr gibt, einen Schlüter. Und haben sich die Leute zusammengesetzt und haben da einen Schlüter-Club gegründet. Und so ist es losgegangen. Schon bald nach der Gründung fanden die ersten Schlüter-Grünland-Tage statt. Teilweise mit Bremswagen ziehen. Der Erfolg ließ die Ideereifen einmal etwas Größeres zu wagen und einen Feldtag zu organisieren, wie Schlüter es damals in Freising zur Präsentation seiner neuen Technik getan hatte. Und das war dann 2009. Und 2009, da haben wir natürlich einen Traumwetter gehabt. Ein Riesenerfolg. Es war wirklich wunderbar. Alles perfekt funktioniert. Das war heute nicht ganz so. Da hat das Wetter einen brutalen Strich durch die Rechnung gemacht. Und da hat man gesagt, zeitgemäß ist es nicht mehr. Das ist klar. Die Ära ist normal vorbei. Die Ära ist vorbei. Aber wir erinnern dadurch an die großen Vorführungen, was der Schlüter damals gemacht hat. Feldvorführung, die wir mittlerweile alle kopieren. Also versuchen. Fendt hat das nachgemacht. Mittlerweile machen es andere auch nach. Und das ist eigentlich unser Feldtag, daran zu erinnern, was damals der Anton Schlüter gestartet hat. Und auch sehr viel geleistet hat für die Landmaschinentechnik. Wenn auch die Schlüterschlepper heute einige Jahre auf dem Wuckel haben, so zeigen sie beim fünften Schlüterfeldtag der Freisinger dennoch, dass sie immer noch viel leisten können. Gut restauriert häckseln etwa 100 Schlepper zunächst 30 Hektar Mais. Unter anderem mit dem aktuellen Anbaufeldhäcksler MEX 5 der Firma Pöttinger. Mit einem 2 Meter rein unabhängigen Maisvorsatz. Die Firma Pöttinger baut mittlerweile wieder Häcksler. Dreireige Schlepperanbau. Weil sie sagen, es gibt wieder Betriebe, die wollen wieder selber häckseln. Im Ausland gibt es das mehr schon wie in Deutschland. Das haben sie gesagt. Bloß in Deutschland kommen wieder momentan Häcksler rein, weil ja viele Betriebe Schlepper haben zwischen 200, 250 und 300 PS. Der ist ja auch da auf dem Betrieb. Und dann sagt sich der eine und andere, kauft mir einen Häcksler, machen wir selber. Der Schlüter S50, hier im Bild, wurde von 1961 bis 1963 gebaut. Den Frontlader hat er zum Feldtag abgebaut, den braucht er nicht. Den einreihigen Feldhäcksler zieht er mühelos und erntet so völlig autark. Sein Kollege kümmert sich derweil um den Transport der interessierten Gäste. Zu sehen gibt es für diese wahrlich genug. Schon beeindruckend, so viele PS auf einem Feld in Aktion zu sehen. Alte Technik, die begeistert und noch immer volle Leistung bringt. Das ist ja auch da. Der Anbau-Feldhäcksler SH-30H von Mengele hat auch schon viele Erntejahre hinter sich. Der SH-30H wurde ab 1980 gebaut. Ganz ähnlich die Zugmaschine, ein Schlüter Super 1250 VL. Nicht einmal 1400 Stück wurden ab 1972 von ihm gebaut. Eine wirkliche Serienproduktion gab es bei Schlüter nie. Aber Alter hin oder her, wenn einen die Faszination Schlüter erst einmal gepackt hat, dann gibt es kein Zurück mehr. Wir haben einen Vario-Fendt, dann haben wir einen neuen Fergersson von der neuesten Gruppe. Aber ich fahre liebend gerne auch wieder den Schlüter. Von der Technik ist das natürlich ein extremer Rückschlag. Aber das ist eine einfache Technik, da steige ich auf, fahre sicherlich. Den ganzen Tag ist das natürlich mehr Stress als den neuen. Das ist gar Lärm, Staub und so weiter. Das wissen wir ja. Aber das Gefühl, das Feeling von einem Schlüter, wenn man mal gehabt hat und fährt man lange mit neuen, dann magst du wieder gerne rauf. Und was mich halt da immer reizt, wenn der Schlepper wieder sauber, neu, außergeputzt ist und eine Technik, das A und O nicht außerputzen ist, sondern eine Technik, wenn er frisch erneuert ist, dann passt es. Der größte des Feldtages ist dieser Kollege hier, der legendäre Eigenbau von Ludwig Streitberger. Das ist der Profigigant. Das war einmal ein Profitrakt 3.500. Und der Streitberger hat nach seinen Wunschvorstellungen so zerlegt und gebaut. Also den 3.500 hergenommen, umgebaut, komplett. Es gibt einige, die haben da Probleme, aber ich sage immer Respekt, wenn du dir das anschaust, weil der hat das wirklich sauber gemacht. Man muss sagen, bloß ist es halt kein originaler Schlüter. 650 PS treiben ihn an, den Profigigant. Er ist der stärkste Radschlepper Europas. Vier Jahre lang hat Ludwig Streitberger unzählige Arbeitsstunden investiert. 2008 wurde er dann erstmals öffentlich präsentiert. Seither darf er auf Feldtagen wie diesen natürlich nicht fehlen. Die Vorbereitungen zu den Feldtagen, die Restauration der Traktoren, all das bedeutet für den ersten Vorstand Hans Helminger und seine Mitstreiter viel Arbeit. Ja, da haben wir den Winter mit Einverständnis von meiner Frau, aber der war schon ab und zu genuert, weil die Zeit damit viel vergoldet, sagt sie. Ist so. Aber sie hat, muss ich noch dazu sagen, sie sagt immer wieder, kein Schlüter geht weg. Ich darf keinen verkaufen. Wenn ich einmal den Satz ankündige, ich verkaufe vielleicht einen, wechsle nichts, der bleibt da. Nach der Maisernte fahren die Traktoren beim fünften Schlüter-Feldtag auf zur Bodenbearbeitung. Jetzt sind vor allem die letzten Generationen der Schlüter-Traktoren gefragt. Die besonders PS-starken Exemplare aus den Reihen Super- und Profitrack. Und jetzt ein wunderschönes Geschoss, ein Bruderhaus, das hier heißt Spezial, mit über 9 Meter Aufwand, wenn ihr das Tonneil durchfahren. So ist das Tonneil kaputt. Auch hier haben sich wieder neue, aktuelle Anbaugeräte in die Schau eingefügt. So zum Beispiel der 3-Schar-Frontflug Excelsior FX von Oeverum. Ja, wir haben hier einen 3-Schar-Frontflug, Frontflug angebaut, hier an diesem 190er TVL. Der Frontflug hat 1 Meter Körperabstand, hat eine 75er Rahmenhöhe, einen XL-Körper, der sehr langgezogen und dadurch sehr leicht zügig ist. Hinten haben wir einen 4-Schar mit den gleichen Körpern, haben wir aber nur 90er Körperabstand, beide Flüge ausgerüstet mit Vorschildern. In Kombination mit einem 4-Schar-Frontflug im Heck kann der Schlütertraktor einiges an Fläche leisten. Nicht fehlen darf, denn das ist Tradition, die Firma Gassner. Hier zu sehen ist der Gassner Olymp mit 10 Scharen, der 1972 als damals weltgrößter Pflug auf der DLG-Ausstellung vorgestellt wurde. So, jetzt wird's parzern. Hier haben wir uns ein weiterer Toro-Frontflug mit den kleinen Petrariumflug. Vielleicht kommen wir die nachher mal in Dreh, kommen wir mal ein bisschen raus hineinschirpen. Nur raus hineinschirpen, dass die Leute sehen. Wenn auch das Wetter im September 2013 nicht optimal für den 5. Schlüter-Feldtag ist, die Begeisterung für die Traditionsmarke Schlüter lässt sich dadurch nicht mindern. Vorstand Hans Helminger appelliert dennoch an alle Schlüter-Fans. Fans hält den Schlepper die Treue und der wird es restaurieren. Mir gefällt das, der gehört einfach restauriert. Man kann sich original lassen, wenn er noch schön ist, aber ein Schlüter gehört eigentlich auch restauriert. Für meine Augen ist das so. Dann ist das wieder frisch, aber das sage ich meinen Fans. Der wird es drauf schauen, der wird es sich restaurieren, nicht rumgauen lassen. Das gibt Freude, wenn man wieder einen Schlüter-Sekt mit frischer Farbe und Technik erneuert. Bleibt zum Schluss also nur noch die Hoffnung, dass beim nächsten Schlüter-Feldtag der Wettergott den Organisatoren des ersten Schlüter-Clubs Freising etwas wohler gesonnen ist. So, bleibt, wenn wir da ein Megafonis leider einbringen. Und das ist klar, dass wir da ein Megafonis haben, dass wir da ein Megafonis haben. Und das ist sicher, dass wir den Autos am Tag haben. Und das ist so, dass wir da ein Megafonis haben, dass wir da noch mehr. Und das war dann auch nicht so. Und das war dann auch nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020